Mehrere, also Esel. Mein Kind, danke, 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 mein Kind, danke, danke. Welchem Film ist das nochmal? Das weiß ich auch nicht. Oh, das war ich nicht. Der ist runtergefallen. Was ist denn das für ein Esel? Ein Esel vielleicht? Hallöchen und herzlich willkommen zu Minecraft Sky Isolated Folge 62 und hier seht ihr meinen schönen Bauernhof. Ach ja, und der Notoka ist natürlich auch dabei. Ja! Der entnervte Notoka, ey, es wird doch dunkel. Ja, wir hatten eben schon ein kleines Serverproblem. Er hat auch nichts gespeichert von dem, was wir gemacht haben, sehe ich gerade. Ja, nicht viel. Also das, was ich gesetzt habe, hat er nicht gespeichert. Nö, stimmt, ich merke es gerade. Mein Sterben hat er natürlich gespeichert, ne? Arsch. Ja, ja, so ist das, so ist das. Gut. Ich finde es gar nicht nervig, dass der Server immer abschmiert. Ich finde das total toll. Aber andere haben nicht so Probleme mit Nitrado, oder? Keine Ahnung. Vielleicht ist es einfach die Kombination zwischen Nitrado und Agrarian Skies. Habe ich mir auch gerade so gedacht, dass es eventuell das ist, ja. Ach, dann kommt doch einfach Nitpen. Leck dich doch am Arsch. Wieso Pennen? Nein, wenn wir die Möglichkeit haben, lass Ender spawnen. Ich habe hier alles beleuchtet, alles gut. Theoretisch. Theoretisch, ja, okay. Praktisch eigentlich auch. Oh. Die erste Ender, die ist bei 71 Prozent. Sehr schön. Ho, ho, ho. Ja, was wollen wir heute machen? Also der Kinsey baut hier ein bisschen weiter. Und ich das, oh. Ja, ich bin gerade bei meiner Farm, aber ich baue gleich noch ein bisschen weiter, ja. Ah, okay. Warum wachsen die nicht? Nutoka McDonalds Gym, okay. Sehe ich ja jetzt erst. Ja, da wo es zu den Monstern geht, das ist für die Kinder, weißt du. Aber da ist gerade ein hässliches Kind drin. Ein hässliches Kind? Hm, ein hässliches Zombie-Kind. Achso. Ja, überhaupt nicht. Ist gar kein Creeper. Cool. Also ich glaube ja, das hat Angst vorm Nutoka. Das hässliche Zombie-Kind. Meinst du? Ja, der Nutoka ist ja noch grausamer. Ja, genau. Übertreib einfach mal maßlos. Oh, jetzt habe ich da, blöderweise, eine Treppe hingebaut, wo sie nicht hin soll. Hm. Mal gucken, was ist die Saplings hier einsammeln. Okay, und wie komme ich da hoch? Ja, wie findest du denn jetzt die Wand hier? Scheiße? Was für eine Wand? Die Wand zur Küche. Du wolltest ja eine offene Küche, oder was? Was war das? Ja, keine offene Küche. Ich wollte halt auf die andere Seite die Küche machen, weil da die Energie ist. Sonst müssen wir halt komplett hier außen rum Energie ziehen. Stimmt. Ja, ist ja nicht das Problem. Noch geht's schnell. Aber zur Not können wir die Energie auch rumlegen, wenn du es unbedingt da haben willst. Sag mal, müssen wir jetzt eigentlich hier wirklich einen Squid züchten, damit wir noch schwarze Teppiche kriegen? Hm, ich vermute ja. Oh Mann, ey. Ist echt anstrengend. Da, 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 haben wir davon? Nein. Was brauche ich denn dafür? Gold brauche ich noch. Gold brauche ich. Gold, mein Schatz. Wow. Oh, oh. Äh, fünf Stück sind eigentlich gut. Oh. Reicht nicht nur irgendwie... Drei mal fünf Felder für die Küche? Drei mal fünf? Ja. Ja, ne. Ein bisschen klein. Ja, da müssen ein paar Maschinen rein. Ich wollte halt schon eine richtig funktionierende Küche reinmachen. Na gut, dann kriegst du vier mal fünf. Also fünf mal fünf würde wirklich den Rahmen sprengen. Das würde über die Hälfte des, ähm, der Breite, der, der Breite in Kauf nehmen. Und das wäre ein bisschen, das wäre wieder unästhetisch. Das wäre unästhetisch. Das geht so nicht. Ähm. Also, wo machst du jetzt die Küche hin? Bleibt die da? Da, wo die Kacheln sind. Äh, Kinsey. Was? Ich meinte mit anderer Seite. Hier die Ecke. Weil da die Energie ist. Ja, da ist die Energie ja auch. Oh, Mann. Na egal. Aber dann muss ich ja, dann muss ich ja die ganze Mauer wieder weg. Da ist dein Riesen-Nütt. Da bauen wir wieder weg. Deswegen habe ich es dir davor gesagt. Ah, Mann. Oh, Mann. Verdammt. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Muss mir irgendwie einen Aufstieg basteln. So. Bauen wir mal ganz kurz hier was. Warte, nimm doch die. Ja, alles gut. Es ist zwar Dach eigentlich, aber... So. Dann nehme ich mein Dach wieder. Danke. Bitte? Wofür? Dass du dein Dach wieder nimmst. Ja, aber es hat einen Schaden. Ja, das ist jetzt nichts Neues. Auf Teppich brauchen wir noch einmal raufdrücken, dann kommt er schon... Wird er schon gelöst. Gelöst? Gelöst. Flup, 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 flup. Danke fürs Holz. Warte mal. Das... Ach so. Ach so. Sollte sogar so bleiben, ne? Hängt ein bisschen tief, findest du nicht auch? Als Kronleuchter. Mh, nö, wieso? Oder willst du an der Seite... Oder willst du an der Seite ranmachen? Ja, ich weiß noch nicht genau. An der Seite sieht irgendwie gay aus, weil es sich gar nicht damit verbindet. Das ist doof. Wo ist meine Obi? Fick-Ecks da ist. Mach doch was mit Micro-Blocks. Lampen. Nein. Micro-Blocks, die Verbindung. Und drunter sieht besser aus. Aber, ja, da hast du, glaube ich, wirklich recht. Das ist ein bisschen tief. Oder? Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Geht eigentlich, sagt er. Das ist echt. Du musst dir natürlich jetzt auch noch ein Dach dabei denken. Ja, doch. Geht. 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 Alles gut. Hier ist noch übrigens ein Stück Cobblestone-Wall. Sag mal, wollen wir nicht eine... ...eine rot-weiße Küche machen? Können wir auch. Gut, weil ich habe nämlich noch Rosen im Back-of, meinem Back-of-Holding. Da kann ich nämlich Farbstoff von machen. Oh, krass. Der Baum ist schon wieder gewachsen. Sehr gut. Und dann kann ich mir weiße Wolle besorgen. Und dann mache ich da rote Wolle draus. Heute ist ein schöner Tag zum Wachsen. Moment mal, seit wann kann ich aus roten Rosen keinen Farbstoff mehr machen? Keine Ahnung. Ja, komm, mach Squids. Sieht sowieso schöner aus mit Schwarz. Ich mache jetzt keine Squids. Weißt du, wie viel Aufwand das ist? Ich brauche pro Squids zwei Angeln und einen Fisch. Du willst mich ärgern, ne? Nein, das habe ich dir letztes Mal schon gesagt, dass ich keine Squids mache. Nee, ich meine mit der Lampe. Die hängt nicht mit sich von der Tür. Die kann mit mit sich hängen, weil der Raum eine gerade Anzahl von Blöcken breit ist. Ja, okay, ich mache ihn einbreiter. Den Raum. Nein. Nein, das sieht scheiße aus von hier vorne. Das ist doch einfach so. Da in die Ecke kommt doch die Küche. Und dann sieht es vielleicht wieder anders aus. Und ansonsten setzen wir ihn halt rüber. Ja, machen wir auch. Irgendwann. Heute nicht mehr. Bauen wir erstmal die Küche fertig und danach können wir schauen, wie es aussieht. Ah, der Kinsey ist heute wieder anstrengend. Na, machst du auf. Gehen wir mal ins Questbook. Was müssen wir denn noch machen? Machen wir am Ende die Tür, genau. So, so. Okay. Wir sollen einen Hamburger machen. Dann schauen wir doch mal. Okay. Hamburger. Was brauchen wir dafür? Ein Skillet. Fleisch. Geht's auch mit Hühnerfleisch? Raw Beef. Moin. Neck. Hab ich die jetzt in einem Bag of Holding gepackt? Ach da. Haben wir Raw Beef? Nö, ne? Rohes Fleisch? Kann ich holen. Was denn für ein Beef? Rindfleisch? Ne, einfach nur Raw Beef. Heißt das. Ist das denn, ist das denn... Wie, wie, wie willst du das holen? Äh, das gibt's doch... Hangar Overhaul ist das von... Ist das gar nicht von... Micro... Äh, Minecraft. Wo krieg ich das denn her? Ich glaub, da muss ich mal im Questbook lesen. Duh, 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 duh. Meat and Bread are delightful alone. Combined with hamburgers they form the foundation of many delicious receives. A task where the player needs specific items. These do not have to be handed in. Ja, und was mache ich jetzt noch hier? Okay, Clay. Clay, 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 Clay. Den muss ich noch brennen. Oh, das dauert ja wieder. Das läuft so unrund bei mir gerade. Aber das ist ja egal, das seht ihr ja nicht. Was macht denn das Glas da drin? Das kommt mal raus. Haben wir eigentlich hinten Letous und Tomaten angebaut? Ich auch, ne? Tomaten angebaut. Letous, was ist das? Ich glaube, das ist... Das könnte irgendwie so Kohl oder sowas sein. Kohl war... Wie heißt das nochmal? Oh, wir haben Schafe. Ah, wir haben Schafe, sehr gut. Genau, die brauche ich doch. Aber auf jeden Fall haben wir Samen. Letous, Samen. Äh... Nur die Frage ist, wo? Da. Ich pflanze mal was, ne? Ja, pflanze mal was. Mach mal einen auf Gerbe. Die Mutsi-Leftegame. Oh, willst du schon gehen? Kamiak-Leftegame. Wollen wir schon beide gehen? Donkey. Vielleicht bekomme ich ja von nem Donkey... Raw Meat. Ne, eher von nem Schweinchen, oder? Puh, tu, keine Ahnung. Eick. Hm, dann... Mache ich jetzt ne Schweinefarm. Ja. Hau rein. Äh, ich... Kannst da gerne auf dem linken ein. Schweine zwischen mir mit Karotten, ja. Ja. Ja, wollte ich auch, genau. Sehr gut. Da wollte ich's denn tun. Ich will mal Rammel-Sauce-Burge hier. Ich will mal Rammel-Sauce-Burge hierher. Ich will mal Rammel-Sauce-Burge hierher. Damit die ordentlich was zu rammeln haben. Ohoho, Schweine-Rammel-Sauce-Burge. Ohoho, Schweine-Rammel-Sauce-Burge. Hm. Joink. Und noch einen. Oder zwei. Ah ja, nicht vergessen, die Tür. Da brauche ich jetzt natürlich noch mehr Sticks. Hier ging ne Tür, so? Ja. Ach, zwei Türen, können wir ruhig reinmachen. Ich hole mal ein bisschen Wolle. Joink. Aber nicht umbringen. Mach dir ne Schere. Hab ich. Oh. Jetzt ist aber auf einmal durch. Oh, ein Donkey. Mehrere. Also Esel. Mein Kind, den verdenken. Ein Donkey, ein Donkey. Mein Kind, den verdenken. Welchen Film ist das nochmal? Das weiß ich auch nicht. Oh. Das war ich nicht. Der ist runtergefallen. Was ist denn das für ein Esel? Ein Esel vielleicht? Ja, aber was für einer. Du hast ja schon geguckt, ob wir die Pflanzen haben, ne? Ja, ne, ich hab sie neu gepflanzt, weil wir sie nicht hatten. Wo denn? Ich seh sie nicht. Ach, diese eine Reihe. Crops oder was? Ja, ne, nur eine Einzelne, weil wir hatten nur einen Samen. Aha. Crops, 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 alles Crops. Oh, verschiedene Grafiken. Was hast du denn angebaut hier? Letus nennt sich das Ganze. Ah, Crops, Letus. Was heißt Crops denn? Ach, ich bin so dumm. Eigentlich wollte ich ein Dach machen. Ach, ich muss ja noch auf den... Bumst euch... Dings achten. Macht viele kleine Schweine. So. Ähm... Wir sollten mal ins Bett gehen. Lass doch Ender spawnen. Ich hab aber Angst. Wovor denn? Dass wir sterben. Ach, Quatsch. Das machen wir nicht. Ach so. Oh, da ist ein Schaf gespawnt. Auf unserem Feld. Das gefällt mir gar nicht. Nicht, dass es irgendwann mal hüpft. Das ist doof. Es könnte darauf. Kann es von da auf darauf? Ne, kann es nicht. Sehr gut. Man kann es hier auch nichts kaputt machen. Theoretisch. Du saublöde Spinne. Spring doch ins Void. Ach, bist du ja schon. Hihihi. Das Schweinchen sieht irgendwie ein bisschen aus wie der Kinsey. Leitu ist schon fertig? Weiß ich nicht. Alter. Ich hab dich mal mit dem Play gehauen. Irgendwann töte ich dich. Es waren nur Tonen. Keine Angst. Ja, ja, ja. Das gehört zum guten Ton. Direkt beim Nether-Portal ist das sehr gefährlich für dich. Warum das? Weil ich könnte mich umdrehen und dich töten. Ach so. Hast du so ein heftiges Stäbchen? Also das macht schon ein bisschen Damage. Kann mal gerade gucken. Plus 5 Attack Damage. Du hast keine Rüstung. Wie viel Basic macht so ein Schwertchen? Pff. Wahrscheinlich auch so 2, 3. Oh. Das hier ist mir zu gefährlich. Na gut. Wir gehen nachher drauf. Außerdem haben wir fast Ender-Lilies. Richtig. Was hab ich denn jetzt mit den Bricks gemacht? Alter. Was denn? Was hat mich denn jetzt angegriffen? Ich weiß es nicht. Boah. Ender-Lilies machen Damage. Hä? Ja. Lauf. Doch. Ab. In einem gewissen Grad wahrscheinlich. Ja, immer. Krass. Alter. Was hab ich denn jetzt? Bin ich denn? Oh, kurz. Das ist aber ganz schön gefährlich. Ich hab Bricks da schon gemacht. Hab ich ja schon. Ich bin ja auch wieder. Hier ist auch noch ein Crafting Table. Dann nutze ich doch lieber den. So, Treppen nochmal. Soll ich eventuell auch noch ein Gehege für Schafe machen? Ja. Gerne, ja. Craft ich mir noch ein paar. Das dauert aber dann mit den Schafen. Das ist auch awkward. Oh, nehm ich das mal. Dann mach ich mir noch ein paar Zäune. Neunzehn? Oh, das reicht bestimmt nicht. Dann haben wir noch drin den Ofen. Dann packe ich den noch mit Clay voll. Nur kein Brennstoff. Haben wir noch Coal? Coal. Agent Coal. Halt die Klappe, du Scheiß-Handy. Bleiben. So, wie groß hatte ich das denn hier gemacht? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Dann mach ich das doch hier genauso. Äh, du sag mal, brauchten wir die Kohle noch für irgendwas anderes? Ähm... Irgendwas war da noch, oder? Ja, ich glaub, äh, ja, wir können das zu Sulfur verarbeiten. Und da kriegen wir dann? Äh, wie, da kriegen wir dann? Da kriegen wir dann Sulfur raus aus Sulfur. Und das bringt uns was? Das brauchen wir für die letzte Quest in S... Ähm... B-b-b-b... Learning to Skyblock. Dann, äh, schmeiß ich das mal nicht in den Ofen. Ähm, ne, am besten nicht, aber... Was willst du denn du überhaupt machen? Ich kann ja... Äh, ich wollte den Ofen noch mit Bricks vollhauen. Mit Claybricks. Alter, wir haben einen Redstone-Furnace. Ja, ich weiß, aber der ist mir nicht schnell genug. Der ist schneller wie der normale. Ja, aber trotzdem ist er mir nicht schnell genug. Ich nehm Holz, keine Angst. Für den Ofen. Ach toll, die scheiß Schweine wollen immer noch nicht bumsen. Ganz einfach Holz. La-di-do und la-da-di und la-ba-di-do. Weizen hat er natürlich keinen hier. Womit kann man... Womit kann man... Ähm... Ähm, womit kann man Schafe... äh, sich paaren lassen mit Weizen, oder? Ja. Geil? Ja. Das dauert. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum... Äh, Weizen haben wir wahrscheinlich in der... Futterkiste. Ja. Zwei Stück nur. Oh, dann muss ich ein paar Weizen-Farben. Ja, ich mach schon. Ah, du, Dori, du hast die falsche Taste gezeigt. Ja, du, ich mach das für dich, weil ich hab eh grad nichts zu tun. Ja, aber ich komm ohne nicht weiter. happened. Ja, komm her. Komm, put, put, put. Bin de Farma... Na, 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 na... Na, 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 die. Nun, die Hälfte ist wahrscheinlich wieder hier deswegen gelandet, yo. Ach, Scheiße, da ist ja der Hopper. Ähm. Willst du das nicht haben? Wosten? Was denn? Au, da hinten liegt auch noch. Ja, jetzt läuft er wieder weg. Nee, hiern liegt auch noch, holt auch alles. das habe ich übersehen willst du willst du die samen haben du kannst ja daraus dieses komische erde herstellen erde in die mitte vier stück außenrum dann kannst du die besonderer der erstelle mache ich das wird gemacht chef nur wenn du mal bock hast mache ich jetzt nicht tun ich habe noch ganz viel erde hier drin ist eigentlich auf share shareleafs gestellt jetzt der gute hier aber was ist man das nicht mehr verarbeitet darf ich komme hier rein hat noch genügend saplings jetzt verstehe ich gar nicht das schaue ist behindert also ein erde in der mitte und vier samen außen um zu oder was ja ich glaube auf die also nicht in die ecken sondern normal okay ich werde hier in deine truhe funktioniert in die kleine untere noch karotten und weizen reinmachen da können wir wenn wir hier vor ort sind halt immer schafe und schweine züchten okay keine ahnung wie immer ein donkey züchtet my king im vorderen donkey spawnt in der welt ja hier spawnt alles in der welt aber wenn man es züchtet geht schneller ach so ähm versuch doch mal weizen heuballen ja heuballen also heuballen ja 49 weizen ja ich weiß wie man heuballen macht aber das ist ganz schön teuer oh ja sonst müssen wir kürbisse anbauen es kann auch sein dass es nur mit kürbissen geht das tropische gras packe ich unten in die samenkiste okay mach ich mache ich so und dann pack ich dann noch vier sugarcane rein als notreserve falls mal irgendwas passiert was nicht passieren sollen bitte man weiß ja nie man weiß ja nie ich hatte doch vorhin noch ein golden berger wo ist mein golden berger vor und versuche ich eigentlich immer über einen sound springen drin was ist los ich glaube der donkey hat gerade gefurzt echt jetzt ist ja widerlich ist das widerlich kein anstand die schweine von heute die esel die notokas von heute haben keinen anstand das stimmt was nicht so frech ich bin nicht frech ein realist übrigens die wort an kennen sollten wir vielleicht auch mal hier hinten unterbringen ah die mag ich ja nicht hergeben wo ist die da das ist übrigens sowieso meine äh was nein steht da dein name drauf oder was gibst du mir dann schreib ich ihn drauf was sind jetzt der rest da das dach ist ja schon weit fortgeschrieben du ich mach grad bricks und das ist echt anstrengend ich muss auch mal kurz soll ich dir schon mal ein grundgerüst bauen ja mach mal bitte ein grundgerüst das wäre cool brauchst ja nur einen block hinsetzen oder ein paar ein paar nur wo ich muss ja nur anknöpfen können also der sludge boiler arbeitet ja anscheinend aber irgendwie ach du hör auf hör auf ich bin schon zu nah dran oh wir sind schon mal 21 minuten echt jetzt wenn du gerade bei hör auf bist eigentlich immer dein standardspruch wenn du sagst wir sind bei so und so vielen minuten warum kann ich nicht essen wenn ich vergiftet bin kann ich nicht essen wie heißt der zustand eigentlich hunger ich kann nicht essen wenn ich hunger habe ja klingt logisch ich habe kein holz mehr was war das denn jetzt jetzt bin ich wieder gesund okay so wir sind bei 22 minuten ja das ist schön wir enden jetzt machen wir die abmod vielen dank fürs zuschauen abonnieren liken nicht vergessen dürft ihr auch gerne beim notoker machen habe ich nichts dagegen und dann sehen wir uns nächstes mal wieder bei sky isolated tschüss 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 eh tschüss 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 tschüss